Zuschauer, Abendspiel, das Flutblick ist an und ein Wollabster genug, aber die Flanke war einfach zu schlecht. Und der Pass, da geht er durch, er ist auf und davon. Ui, das ist, da ist die Chance. Der Ball ist im Liebespressingfall. Ronny Lopez, jetzt ist Übersicht gefragt. Spielverlagerung auf die linke Seite. Spielverlagerung auf die linke Seite, die Tür ist sperr, angelweit offen. Leco, Mio, Dersches Personal. Und damit stets 2 zu 0. Ja, ja, es sieht aus, als sollte das hier zu einer ganz einseitigen Angelegenheit werden. Das Ding geht rüber, aufs lange Eck. Er bringt ihn. Jetzt ist er drin. Richter gewesen wäre. Hansi, lass deinen Gedanken zum heutigen Spiel freien Lauf.